Was ist der Anlass bei meiner Frau? Wir haben auch ablehnende Haltungen. Das heißt, man wollte nicht an den Knochenaufbau heran. Es hieß immer, der Knochen ist zu dünn, wir können keinen festen Zahnersatz machen. Bis dahin, dass also gar keine Resonanz mehr kam. Und dann haben wir weiter gesucht. Und irgendwann bin ich im Internet auf Dental Prime gestoßen. Und dann haben diverse Telefonkontakte stattgefunden. Und man hat uns erklärt, mit wem wir es zu tun haben. Und dass sie das hier professionell in Bulgarien betreiben. Sie sind dann letztes Jahr im Mai zum ersten Mal hier hingekommen. Mit ein bisschen Sorge dabei, ob es dann auch wirklich die richtige Entscheidung war. Aber das hat sich in vollem Umfang bestätigt. Das heißt, wir fühlen uns hier wohl und waren also sehr überrascht über Professionalität, wie das hier abläuft. Und auch die super Organisation, dass eins greift ins andere. Man kann in einer Woche hier das ableisten, was man sonst vielleicht in Deutschland bei normalen Ärzten, die nicht so gut organisiert sind, über mehrere Monate abdicken kann. Und das hat uns natürlich sehr, sehr gefallen. Und darüber hinaus ist die Atmosphäre hier an ihrem Haus fantastisch. Alle sind freundlich. Und sie wird immer angenehm empfangen. Und wenn ein Problem da ist, dann sind sie immer dabei und helfen uns, damit wir hier weiterkommen. Wir sind also im höchsten Maße zufrieden mit dem, was wir hier erhalten haben. Vielen Dank.